Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Bei der Kanalservice-Ingenieur Walter Glatt GmbH erwartet Sie ein erfahrenes Team, das mit breitem Fachwissen und großer Flexibilität begeistert. Der Betrieb wurde vor über 100 Jahren gegründet und 2004 von Leopold Köstner übernommen. Er gilt als professioneller Partner für Reinigung, Sanierung oder Neubau von Kanälen. Zur Vorbereitung einer Instandsetzung führen die bestens geschulten Mitarbeiter gewissenhafte Untersuchungen durch und kümmern sich danach um die stets zuverlässige Umsetzung. Im Fall eines kompletten Neubaus wird der Kanal anschließend gerne regelmäßig gereinigt und gewartet. Für die Durchführung der vielfältigen Leistungen stehen moderne Maschinen und ein technisch perfekt ausgestatteter Fuhrpark bereit. Sollten zusätzlich Baumeisterarbeiten notwendig sein, so können Sie diese hier ebenso in Auftrag geben. Kanal Service Ingenieur Walter Glatt, im Notfall rund um die Uhr telefonisch erreichbar.